Hallo ihr Lieben, heute geht es um den Chatbereich. Ich klicke hier mal auf Chat und ich klicke da oben auf Neuer Chat erstellen. Und dann kann ich bei diesem Eingabefenster, wo steht an, Namen, E-Mailgruppe oder Decken geben. Ich gebe hier mal wieder die ersten drei Buchstaben eines Namens ein. Und zwar will ich mal mit dem Zoller Schüler 01 und dem Zolli Schüler 02 einen Chat beginnen. Da unten ist wieder ein Eingabefenster. Sobald ich hier reinklicke, kann ich hier eine Nachricht eingeben. Das wäre dann so ähnlich wie in WhatsApp. Aber ich habe auch weitere Möglichkeiten. Ich kann sofort einen Telefonanruf oder einen Videoanruf starten. Außerdem habe ich die Möglichkeit, hier auch meine Bildschirm zu übertragen. Also ich klicke mal hier in das Eingabefenster und ich schreibe mal hinein. Hallo E2, ich würde euch gerne das Mathe-Theme von heute nochmals erklären. Klicke hier auf Absenden. Ich gehe gleich mal auf die Schülersicht. Ich bin beim Account von Zolli 02. Der ist in schwarz gehalten. Er hat im Chatbereich jetzt eine neue Nachricht erhalten. Vom Zoller Christian. Hallo E2, ich würde euch gerne das Mathe-Theme von heute nochmals erklären. Er könnt ihr einfach Daumen hoch wählen. Das würde ausreichen. Ein Bildschirm von Zolli hat diese Reaktion natürlich schon bekommen. Schaut das Ganze jetzt so aus. Und der Lehrer Zolli reagiert und schreibt, schaut euch mal diese Datei an. Und er kann auch hier einfach für diese zwei Schüler eine Datei anhängen. Ich lade diese mal vom Computer hoch. Hier habt ihr sie schon gefunden. Es geht um den Zahlenstrahl bis 100. So eine PDF-Datei. Das heißt, sie können sie natürlich auch nicht bearbeiten. Könnt ihr natürlich auch hier Word-Dateien draufstellen, die sie auch bearbeiten könnten. Und es ladet sich schon hoch. Das Ganze, was ich hier noch tun muss, ist auf Senden zu drücken. Und der Schüler Zolli hat diese bereits jetzt. Ja, da ist die Schüleransicht wieder. Zolli 1 hat sie schon erhalten. Kann jetzt die Datei mit dem 3-Punkte-Menü einfach online öffnen. Oder kann sie auch herunterladen und weiter planen. Natürlich kann er das Ganze auch am Handy tun. Ich kann auch als Lehrer mit anderen Kollegen am Handy kommunizieren über diese Chat-Funktion. Das ist eigentlich ganz dasselbe wie über WhatsApp. Nur natürlich vom Datenschutzrechtlichen her viel, viel sicherer. Ich habe hier auch noch zwei ganz tolle andere Funktionen. Mit diesen zwei Schülern habe ich ja jetzt eine Gruppe gebildet. Und in dieser Gruppe könnte ich ganz einfach einen Video-Anruf starten oder einen Audio-Anruf. Auch kann ich andere Teilnehmer hinzufügen, wenn ich will. Ich kann also Kontakte hinzufügen. Ich mache das einmal. Hier kann ich auswählen, ob der bisherige Chat-Verlauf, also diese Nachrichten, ob die sichtbar sind für den neuen oder eben nicht. Das kann ich frei wählen. Ich wähle hier mal einen anderen Lehrer, diesen Zolli 2 und füge den ganz einfach hinzu. Alle Dateien, die wir ausgetauscht haben, sind in diesem Chat-Verlauf unter Dateien sichtbar. Hier sehen Sie schon 0,1 Zahlenstrahl bis da 100. Das habe ich ja hochgeladen. Und nur diese Teilnehmer dieses Chats können diese auch sehen. Das ist ja eigentlich sehr vergleichbar mit WhatsApp. Teams hat aber eben noch zahlreiche andere Möglichkeiten.